Schon mal einen Unfall gehabt? Wofür ist denn der Knopf hier? Wir sind auf dem Weg zu einem Hockeyspiel. Bist du auch schon mal auf einem gewesen? Fahr doch mal schneller! Ich bin auch schon Zug gefahren. Tut, tut, tut! Was passiert denn, wenn man hier aufdrückt? Tut, 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 tut! Gäste haben, hinter der gelben Sicherheitslinie zu bleiben.